Herzlich Willkommen zu Zonkos Welt TV. Heute trage ich nur ein kurzes tirolerisches Gedicht vor und zwar den Höttinger Surtaucher. Das ist ein Traditionell, man weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Und für die deutschen Freunde, die werden jetzt manches relativ schwer verstehen, Hötting ist ein Stadtteil von Innsbruck und die Sur sind einfach diese wahnsinnigen Orgen, wie nennt man, Klärgruben, die es halt gegeben hat. Und dem Hausherr ist in so einer Klärgrube eine mächtige Scheiße, man kann es nicht beim Wort nennen, die Uhr. Und jetzt geht es darum, der Höttinger Surtaucher, wo es ist mit der Uhr vom Hausherrn knapp. Und aufnehmen tut es deswegen, weil der Schneid Wutz in Chile leider einen halben Zahn, so einen angeklebten Zahn, den hat er verschluckt und ich mein, wir haben ihm alle geraten, er wird ihn dann schon finden. Ja und jetzt, der Höttinger Surtaucher. Wer wagt's, so sprach der Hausherr knapp, zu tauchen in die Sur hinab. Mir isch die Uhr, mitsamt der Ketten, wo ich kugelt in den Läppen. Es braucht gar nicht so spätisch lachen, um ein Schunsch, muss es ja keiner machen. Einen blanken Gulden gebe ich für dein Mir, wenn du mein Brot da auch holst aus der Apriere. Im Kreis, da hört man nur ein Gmull, keiner traut sie, in die Sur den goldenen Brot da rauszuholen und im Dreck herumzuholen. Der Hausherr als Besitzer spricht. Ja, traut sie wirklich keiner nicht? Kann sie denn keiner jetzt entschließen, da in den Läden abzuschießen? Da kommt der Häusler-Rackler zu wegen und sagt, ja, habt's wohl nix dagegen, wenn ich jetzt tauch in dieser Mullen und mir verdien den Lumpengullen. Armer Mann, so hört man klagen, musst um den Guldensleben wagen. Doch der Rackler bleibt ganz kalt und verschwindet in das Sulzenbold. Und wie der Bullen kommt zur Ruhe, sieht man vor ihm nur mehr die Schuhe. Kurze Zeit ist gerade verstrichen, der Läden ist schon ausgeglichen und schaut's, was kommt da aus der Suhe? Es ist ein Arm mit einer Uhr. Und gleich danach, jetzt auch der Grint, dem der Läden oe rinnt. Mit einem Ruck mit bissl mir, stemmt sie der Rackler aus der Brieher. Und wie von einer Palm, die Tatteln, hängen ihm herab die Knatteln. Haushörl, mach jetzt keine Schulden und ruck gleich aus mit dem Gulden. Der Hausherr sagt, die Uhr hast du gefunden, aber die Käpt'n, die liegt noch unten. Willst du den Gulden dir erringen, musst du halt wieder einspringen. Da sagt der Rackler ganz betroffen, hupf selber runter, das Loch ist offen. Es kommt dann in der Menschenmenge zu einem kleinen Handgemenge und plötzlich staunen alle nur, wie der Knab folgt in die Suhr. Nur drei Bläschen noch nach oben kamen, Knabs letzter Schnaufer. Amen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jawohl, der Hüttinger Suhrtaucher, ein Traditionell aus einem Stadtteil von Innsbruck und Schneidwutz. Du wirst ihn finden. Ciao, Verpack, ist er. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.